Servus Leute und herzlich Willkommen, wir spielen wieder Ardlein und der Knasti ist wieder dabei, der Basti, hallo. Hallo, 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 hallo. Es wird zu schön. Wir spielen lieber Blood Money. Genau, und Blood Money, wir wechseln wieder mal ein bisschen. Oh shit, der heißt... Holy shit. Ich flieg hier mit dem Heli direkt unter der Brücke durch und beschieße schon welche, das fängt ja super geil an hier. Ich finde es gut, ich... Voll für die Action. Oh, ich hätte reinzoomen können. Oh man, ich hätte reinzoomen können. Ne, kannst du gar nicht, hier ist kein Platz mehr. Achso, wieso? Jetzt kannst du einsteigen, jetzt bin ich raus. Dann steigen wir dir ein, hallo. Hallo. Der ist angeschossen, der ist angeschossen. Wieso schießt der denn auf mich? Mann, no. Hast du schön gemacht, du hast mich, du hast mich gelettet. Jaja, so bin ich. Das war, du hast dich freiwillig... Du bist gestorben für mich. Ja. Das war sehr ernstvoll. Wieso hast du eigentlich Geld auf dem Rücken? Weil ich gerade Geld gestorben habe, von dem Typen da. Ich rief nämlich gerade in Sniper-Duellen und ich glaube, ich werde verlieren. Ich habe ihn. Oh, sehr schön. Ich wurde von einem anderen geschossen. Links sind zwei. Oh. Der hatte ich auch. Weißt du. Ja. It happens, ne? Ja, also es ist komplett vorbei. Heute ist Montag heute. Also wenn uns heute nichts gelingt, haben wir immerhin eine Ausrede. Wir können sagen, es war Montag. Richtig. Richtig. Oh, oh. Ist das gegen? Nee. Nee, wieder irgendwie verwirrt. Ah, Enemy Vault. Haben die Geld? Ja, die haben einen Haufen Geld. Oh, nicht mehr lange. Nicht mehr lange, du. Oh nein, direkt neben uns. Das gibt es doch nicht. Wir haben jetzt gewonnen, glaube ich. War aufgegangen. Super. Ja, wir waren jetzt wirklich beide supergeil. Ja, es war sensationell, was wir da gemacht haben. Ich stecke mal bei unserem Squadmate da hin, dass er gerade wieder hinfährt. Okay, ich bin auch bei dir. Oh, scheiße, ich bin nicht bei dir. Okay, das ist wohl verpackt. Na gut, ich komme. Ich komme mit dem Auto. Alter. Ich komme mit dem fetten Mustang. Ist das ein Mustang? Ich weiß es nicht. Hast du ein Autospitzesit? Ja, ist kein Mustang. Also es sind hier keine offiziellen Autos, die es gibt, aber ist so ein Musclecar, Mustang. Verschnitt. Irgendwas verschnitt, ja. Ja, immerhin. Ja, direkt verloren. 1 zu 5, schon mal gute KD auf jeden Fall. Wir kamen auch spät in die Runde rein, also wir können da nichts. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir müssen von Anfang an dabei sein, dann können wir nur gewinnen. Oh, wir haben im gegnernischen Team Sergeant Dicks Lab. Ja, oh. Den kenne ich vorher. Ja, nee, ist klar. Der Name sagt mir irgendwas. Der Name sagt dir irgendwas, ne? Ja, der sagt mir was. Gibt es da noch so Lamomio. Lamomio. Sonst sind die Namen aber alle langweilig, muss ich sagen. Ja, echt. Keine irgendwie besonderen Namen. Nee. Tiffy. Mit dem Tiffy im Team. Pax. Sven. It's your days. Sven. Vanished DJ. Schlagnasti. Ja, oh mein Gott. So, ich hab mir jetzt vorgenommen, dass ich jetzt richtig gut spiele. Ich werde jetzt richtig taktisch schlau spielen. Ich werde jetzt sensationell, also ich werde sowas von gut spielen jetzt. Okay, also so richtig, richtig geil, oder? Ja, so richtig. Du kannst jetzt quasi aus jeder Szene, kannst du für eine Montage nehmen. Okay, perfekt. Ist super. Ja. Musst du einfach nur epische Musik da drunter legen und dann ist es einfach brutal. Also eigentlich so, wie wir immer spielen, ne? Ja, genau, genau. Okay. Ja. Bisschen hier Two Steps from Hell oder Audio Machine oder sowas drunter legen. Richtig schön die Epic Music. Und dann geht's ab. Oh ja, das machen wir jetzt. So, ich, 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 ich gehe direkt in den Transport, nee, nicht Transporthelikopter. Das ist ja viel langweiler hier. Ich möchte hier den Patrolhelikopter. Wehe, da ist schon wieder irgendjemand drin davor, ne? Das bin ich bestimmt. Boah. Ich versuch's auch gerade mal. Ja gut, wär auch cool, wär auch cool, weil dann kann ich ja wenigstens dich unterstützen und ein bisschen rumballern. Ja, ja, ja. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Schauen wir mal. Kannst du, also mir ist es, mir ist es relativ, weißt du, ich kann ja, was machen wir eigentlich mit dem ganzen Geld? Ich habe 40.000 Dollar auf meinem Konto, was soll ich da mitmachen? Spenden. Spenden oder die bessere Variante Koks und Nutzen. Ist voll cool, dass man hier, oh ja, stimmt. Ist voll cool, dass man jetzt hier so schön schießen kann. Also ich kann jetzt hier schön schießen. Okay, dann werde ich mich bemühen, in der Luft zu bleiben, dass du ein bisschen schießen kannst. Ziemlich gut. Ich kann auch schießen, also wir können jetzt beide schießen. Ja, ja. Da, 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 da. Wow, okay. Wir drehen. Wir werden irgendwie von oben beschossen. Aber ich glaube, dass ein... Da sind Autos, 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 Autos. Hast du denn, Papi, komm. Ja, ja, ich habe ihn recht viel getroffen, aber irgendwie... Irgendwie wollte er nicht da gehen, ne? Die Dinger hat zu viel aus. Das ist so gewollt, keine Sorge, keine Sorge, es ist alles gewollt. Wow. Sehr schön. Oh, oh, das war auch gewollt. Das war auch gewollt. Man verliert hier halt echt die... Man verliert voll die Orientierung. Ich wusste nicht, wie hoch wir sind, keine Ahnung. Ja. Insofern, hm. Oh, was soll's so. Ich wusste auch nicht, wer fliegt, also. So, jetzt bin ich hier wieder im Heli. Also, wenn ich im Heli bin, dann geht's immer ab. Dann geht's ab. Dann ist... Dann ist das Sauer am Laufen durch. Was ist denn hier los? Was war denn das jetzt? Oh, 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 da sind welche am Dach. Die werde ich mir jetzt holen. Oh, diese C4... Was ist denn hier? Reaching Charge. Oh, Mann. Wie kriege ich die denn? Oh, ich wurde von Sergeant Dixlab erwischt. Was? Nein. Nein. Wieso? Kann ich ne Woche nicht mehr laufen. Das ist doch doof. So, ich spiel jetzt endlich mal hier den Dingsbums. Den Dingsbums? Den Versorger. Den Enforcer. Okay, Enforcer. Hat der, hat der, hat der so ne, ne fette Waffe in der Hand, ne? Äh. Was ist so? Ja, so ein Ding halt. Was ist denn hier los? Oh, ich, ich, ach komm, du, du kannst mich doch mal. Deine steht da oben auf dem Dach und wirft hier irgendwelche Charges runter, weißt du? Ja, ja, genau, genau. Ich spawne und sterbe. Mann, ey. Keine Rücksicht nehmen die auf uns. Wir sind Polizisten, ja? Okay, das ist eine Anzend-Waffe. Warte, habe ich hier keinen. Draußen steht schon wieder so ein Noob-Auto. Na, super. Die Leute mit dem Auto sind, ey. Dann kannst du aber mit einer Granate, kannst du die wegschießen. Also, eine Granate und du sie wegschießen. Ja, ich werde jetzt. Guck, man ist jetzt schon tot. Glaube ich halt. Also, bei mir hat's funktioniert. Aber wer weiß, ob der vielleicht nicht schon angeschossen war, ne? Freunde, lasst mich durch hier. Lasst mich durch, ich bin Arzt. So, mal schauen, ob das hilft. Oh. Nee. Nur vier. Weakle hit vier. Wir verarschen. Eine Granate macht nur vier Damage. Willst du mich veräppeln? Meine Güte. Jetzt aber. Mein lieber Schwan, ey. So, ich komm hier von oben. Was ist hier los? Was soll das jetzt? Alter, was passiert hier? Es sind komische Dinge. Die hier passieren. Oh, ich war davon... Ich war davon... Ich war davon beschossen. Ja, alles klar. Alles klar. Wisch, wisch, wisch. Ich kann damit umgehen. Also klar, wenn wir das so wollen, wa? Ich kann damit umgehen. Ich kann damit umgehen. Also gehst du nur in mein Gesicht. Passt schon. Nein! Oh! Ja, hör auf! Ja, hör auf! Ja, hör auf! Pass auf! Bin wir gespawnt? Ich bin... Nee, nee. Ich bin woanders gespawnt. Aber es ist irgendwie recht egal, wo ich spawne. Du stirbst sowieso? Ja, ja. So geht's mir auch immer. Das passiert zu häufig in letzter Zeit. Tja, Karma, Karma. Hast du in letzter Zeit so viele Hunde und Katzen gegessen? Ich bemühe mich eigentlich, das weniger zu machen als früher. Okay. Na, ich auch. Nein. Aber Gewohnheiten, ne? Ja. So, ich hab einen weggeholt hier. Bist du ein lebendiger Mensch? Ich bin ein lebendiger Mensch, ja. Nee, ich mein... Ist da jetzt jemand oben, oder nicht? Ich hab Geld abgeliefert. Ich bin wertvoll. Sehr gut. Das ist hier der Wahnsinn. War doch gar keiner, oder? Nee. Mir gefällt... Also ohne Witz... Mir gefällt der Devolver hier besser, als wenn ich hier mit dem Machine-Gaver rumballer. Mir gefällt. Blut-Grepp. Yes. Wo mit dem Mini-Ding mehr raus sehe, als... mit dem Klosen-Ding. Boah! Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich hinschauen soll. Wie kommst denn du hier so zurecht am Schlachtfeld? Ich? Ja. Momentan nicht so richtig, muss ich ehrlich geschehen. Mhm. Das ist strange. Das ist strange. So, ich komm wieder zu dir? Warte, ich muss... Ich muss customizen. Ist... Kann ich warten müssen. Ich kann dir auch mal ein bisschen Geld ausgeben, ne? Oh, ich hab ne AKM. Ist die gut? I don't know. Hey, die Waffe ist aber cool. Welche denn? Vorm Enforcer. Oh, ich hab ja Visiere! Wieso sagt mir das denn keiner? Sagt mir keiner, ne? Wow, 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 haha! Bin tot. Wieder von hinten erschossen worden. Ja, das sind ja die Besten, also die was von hinten immer kommt. Ja, das macht immer am meisten Spaß. Ach, kann man tatsächlich seine Waffen anpassen? Ja, hab ich jetzt gemacht. Ich hab da ein bisschen was freigeschalten. Jetzt hab ich meine E36 ein bisschen aufgepimpt. Ist immer gut, ey. Was ist denn? Kann man die auch pimpfen? Alter, wer seid ihr denn? Ey, egal wo ich einstehe, ich bin nur am sterben. Was ist denn hier los? Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich sag ja, heute ist der Wurmsinn. Ganz, ganz schlimm. Cool, es ist ja genau das gleiche Visier wie bei Battlefield 4. Eins zu eins dasselbe. Ist ja geil. Hat ihr gefällt mir, ne? Wir fühlen, wir fühlen. Ist wieder gestorben. Ich muss irgendwas jetzt ändern an meinem, an meinem, ja. Wie ist denn? Ich sterbe halt nur. Ich muss irgendwas irgendwie... Versuch von hinten zu kommen. Also ich versuch das immer so. Ich komm immer von hinten und überrasch dich. Nein, hör auf. Egal wo ich hinlaufe, das sind immer Gegner. Es ist doch nicht zu fassen, man. Ey, das ist... Unglaublich. Wir haben es auf dich abgesehen heute. Ich stärke jetzt bei dir immer ein. Okay. Du läufst hier die ganze Zeit irgendwie fröhlich durch die Gegend, dir passiert nichts. Insofern... Oh, Granate. Pass auf. Ja, ja. Ich bin tot. Ey, das ist... Alter, ich bin genauso weit gelaufen wie du und ich sterbe und du nicht. Ich hole dich, ich hole dich. Danke. Scheiße, da sind wieder zwei, da sind wieder zwei. Oh, Bär ohne Hose. Du Schwein. Du guckst auf meine Videos. Bär ohne Hose? Ja, da guckt man die Videos und du bist ein Schwein, so offiziell. Mann. Zuschauer immer mal beschimpfen. Ja, da verstehe ich das. Ah, da ist bei mir auch ein Squad. Wieso bist du nicht bei mir im Squad? Hallo? Was? Wurde ich gewechselt? Wo bist du jetzt hin? Ah, da bist du eh da. Nimm mich mit. Was? Wo bist du denn eigentlich? Ne, ne, ich hab mir mit dem Menschen geredet, der gerade von mir weggefahren ist. Oh, Fahrstuhl. Du bist ja nicht mehr, weil ich mein Squad mehr. Hast du mich nicht mehr lieb? Wieso nicht? Weiß ich nicht, du bist ja vor allem rausgeflogen. Und vor allem war der Bär ohne Hose da. Ach so, der ist wahrscheinlich die nachgejoint, ne? Ja, der war da vor allem im Gegnerteam aber. Ja, jetzt hörts auf. Da ist der Enemy Vault. Ist immer gut, wenn man das ganze Magazin von der Hauptwaffe verschießt und dann auch noch das Sekundär. Da alles verballert und nicht trifft. Also ich bin der King des Aimings. Ne, jetzt hab ich nichts mehr, das gibt's noch nicht. Ich hol dich. Boah. Ah, scheiße. Sorry Bär ohne Hose, war zu spät. Wirkest du ruhen in Frieden. Alter. Diese... Oh. Heute ist ne anstrengende Session, ne? Heute ist richtig anstrengend, ey. Aber diese ganzen... Ach, ne, vergiss es. Diese ganzen blöden Leute, die die ganze Zeit in diesen Kackautos rumhängen, ey. Das ist doch ätzend. Die nerven ja, die nerven wirklich. Die nerven ja, die nerven wirklich. So, ich komm halt in deinen Squad hier. So. Sonst fühle ich mich allein. Und ungeliebt. Vorsicht. Oh. Oh, oh, oh. Komm ich auch runter? Ja. Ah, ah. Na, ah. Ja, ich bin nicht weit gekommen. Es ist nicht zu fassen. Options. Äh. Ja. Ja. Das ist ja Wahnsinn ist das. WDO. Ist ja nimmer normal. Motion Blur. Was ist denn noch anders? Wie kann ich nur? Ei, 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 ei. Den hab ich. Alter, wie viel der frisst. Das ist heftig. Ach komm, da liegt der am Boden und ich lauf an dem vorbei. Was ist denn los heute? Alter. Der Sergeant Dick Slap schon wieder. Solche Namen gehören verboten. Ich hab gedacht, das ist gerade der Gatlinggang dabei, was du das? Das hört sich gleich an. So, ich bin bei dir drin. Ich chill jetzt mal ein bisschen. Okay, chill ein bisschen. Ich chill auch ein bisschen. Oh, ich bin auch ausgestiegen. Ich bin auch ausgestiegen. Oh fuck, ich wurde killed in Action. Spaß mit. Ah. Ich wurde von den Rotorblättern zerfetzt. Ist ein schöner Tod gewesen. Ich bin jetzt verteilt über die ganze Map und kann überall. Uh. Ja? Die haben schon wieder fast gewonnen. Oh, warte mal. Dann dreh ich mal schnell um. Vielleicht können wir noch was klauen von denen. Okay. Ja, Hilfe. Fliegst du? Ja, du fliegst. Ja. Warte, ich hol mir die jetzt hier. Bin wir ausgestiegen? Ach, das gibt's doch nicht. Alter. Sergeant Dick Slap wurde von mir getötet. Wunderschön gemacht. Der hat's auch verdient. Danke für die Rache. Ja, gern. Gern. Nein, nein. Alter, wie schnell die einen umballern. Was ist denn los, ey? Das ist heftig, heftig. Ich sehe die Leute und fall tot um. Mir kommt's immer so vorauswürdig mit Platzpatronen schießen und die anderen irgendwie mit scharfer Munition. So kommt's mir vor heute. Und verloren. Oh, Mann. Hoi, 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 hoi. Tja, was wirst du machen, ne? Ja, so ist das Nummer. So ist das Nummer. Mal läuft's, mal läuft's nicht. Ja, läuft das Leben. So. Erstmal Schluck getrunken, neu hingesetzt. Die Sitzposition war schuld. Eindeutig. Ja, ganz klar. Ja. Und weil meine Frisur falsch ist. Haben wir jetzt eigentlich schon zwei Runden gespielt jetzt gerade? Ich glaub schon, ja. Ich glaub, das reicht für eine Aufnahme, oder? Ja, ich glaub auch. Vom Gefühl her, ne? Ja. Ja, ja. Doch. So. Gut, dann habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, oder wo auch immer ihr euch gerade im Tag befindet. Mhm. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Einmal, wir machen noch, hängen noch einen hinten ran, oder sowas. Genau. Also, ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, alles klar, Leute. Haut rein. Tschüss.